Jürgen Klopp hat von der Siegerparty des FC Liverpool nach dem Champions League Triumph nur wenig mitbekommen. Heute Morgen haben die Jungs drüber gesprochen, von irgendwelchen Musikhekts und weiß der Teufel was aber hab ich alles nicht mitgekriegt, sagte der 51-Jährige. Liverpool hatte in Madrid den Liga-Rivalen Tottenham Hotspur 2 zu 0 bezwungen. Es war Klopps erster Titel mit den Reds. Die Party danach habe bis Sonntagmorgen um 6.15 Uhr gedauert, sagte der Coach. Er sei aber ein bisschen früher gegangen. Klopp sagte, ich stand in der Ecke und hab ein paar Bier getrunken, mich mit Freunden und Familie unterhalten und bin dann auch wirklich ins Bett gegangen. Die Party, die an diesem Sonntagnachmittag ab 17 Uhr im Livestream bei Welt in Liverpool mit einem Basschor so durch die Stadt weitergeht, sei schön gewesen, versicherte der Trainer. Jürgen Klopp, Titelseiten aus England, Quelle, Sunday Echo, Star, das Spiel war es nicht ganz so, das spielerische Niveau pendelte sich auf normalem Bundesliga-Niveau ein. Dennoch zog es die Zuschauer scharenweise vor die Fernseher. Erstmals war am Samstag ein Endspiel der Champions League nicht im Free-TV zu sehen, doch zumindest in der Zielgruppe lag die Live-Übertragung bei Sky trotzdem an der Spitze, meldete der Branchendienst DWDL. PK Spaß Klopp hatte Telefonat mit Guardiola, Jürgen Klopp gewinnt mit dem FC Liverpool erstmals die Champions League. Auf der Pressekonferenz im Anschluss läuft der frühere Mainz- und BVB-Coach dann zur Höchstform auf. Quelle Omnispot zwar schalteten rund 8 Millionen weniger als 2018 ein, als Klopp's Team im Finale Real Madrid unterlag und das Duell noch im ZDF übertragen wurde. In der Zielgruppe brachte es die Champions League zusammengerechnet aber auf 1,16 Millionen 14 bis 49-jährige Zuschauer. Das reichte nicht nur für einen starken Marktanteil von 16,1 Prozent, sondern ganz nebenbei auch für den Tagessieg. Keine andere Sendung, auch nicht im Free-TV, konnte mehr junge Zuschauer vor dem Fernseher versammeln, berichtete DWDL. Das Spiel, Klopp's Triumph und die Folgen analysierten die internationalen Kommentatoren mit einer Verbeugung vor dem Team und dem Trainer. England Guardian, Liverpool unter Klopp war ein Projekt, das auf Einbindung getrimmt war, darauf ausgerichtet, mehr als nur Erfolg auf dem Spielfeld zu vermitteln. Wie hat Liverpool das geschafft? Klopp hat alle Bestandteile des Vereins und der Mannschaft bearbeitet und aufpoliert. Er ist ein Trainer, der den Verein und die Menschen im Umfeld gerade zu lesen kann. In allem steckt ein dritter Weg des Fußballkapitalismus. Liverpool Echo Liverpool ist wieder König von Europa. Jürgen Klopp ist der Mann, der die Träume aller mitgereisten Fans und Millionen von Anhängern auf der ganzen Welt wahrgemacht hat. In nur vier Jahren hat er Liverpool von einem Mitläufer zur gefürchtetsten Mannschaft Europas gemacht. Klopp ist der unglaublich inspirierende Anführer eines besonderen Teams. Der Henkelpott kommt wieder nach Hause an die Merseyside. Es gibt gute Gründe zu glauben, dass dies erst der Anfang einer goldenen Ära für die Reds gewesen ist. Die Titelseite des Liverpool Echo, Haus und Hofblatt der Reds und von Jürgen Klopp Quelle, Twitter at Live Chuanius The Sunday Times Liverpool kam nicht einmal in die Nähe des Zusammenhalts oder der Intensität. Für die sie unter Klopp bekannt sind, ihre Passgenauigkeit in der ersten Hälfte war weit unter ihrer Bestmarke und verbesserte sich nur marginal, aber an Abenden wie diesen geht es darum, den Job zu erledigen. Express Klopp besiegt seinen Endspielfluch und ist im siebten Himmel. Er jubelte darüber nicht in seiner typisch durchgeknallten Art, sondern mit der Würde eines echten Siegers eines Mannes, der immer daran geglaubt hat, dass dies seine Bestimmung ist. Independent, Liverpools europäischer Triumph hat sich seit Jahren angebahnt. The Sun, Selle und Origi schießen Liverpool zum sechsten Champions League-Titel, während die Spurs unscheinbar bleiben. Eine Erlösung für die Reds Es wird niemanden in Rot interessieren, dass Liverpool weit unter seinen Möglichkeiten blieb in einem englischen Endspiel, das ziemlich schlechte Werbung für die sogenannte beste Liga der Welt war. 2019 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem sich Liverpool wieder zum König von Europa krönte. Daily Mail Liverpool herrscht wieder über Europa. Nach dem Schmerz vom vergangenen Jahr steht Selle bei der Zerstörung von Tottenhams Traum im Mittelpunkt. Das war kein Abend, um Fußball zu bestaunen, sondern um in der Geschichte zu schwelgen. Liverpool hat die ganze Saison entschlossen dafür gelebt, die Enttäuschung von 2018 auszulöschen. Klopp kann nie mehr nur als zweiter Sieger bezeichnet werden. Daily Telegraph Große Reisen beginnen und enden in Liverpool. Klopp kam nicht in Liverpool an und erwartete sofortigen Erfolg, auch wenn er das nur knapp verpasste. Er arbeitete mit dem Appetit und Ziel, einen längeren, letztendlich befriedigenderen Kurs zu steuern. Er hat den Schmerz unterwegs nicht inszeniert, aber jetzt fühlen sich all diese Verzögerungen so an, als wären sie Teil eines großartigen Plans, um den Moment der Ankunft in Liverpool wundervoller und bedeutungsvoller zu machen. Spanien-Marker Liverpool reckt den sechsten Titel in den Himmel Apotheose von Rock N. Klopp Van Dijk ist ein Riese. Jetzt hat Klopp den Olymp der ganz großen Tränger-Giganten betreten. Es gab im Stadion eine großartige Stimmung, aber wenig Fußball. Die Spurs hätten mehr verdient, doch Van Dijk und Becker verhinderten Schlimmeres. Als ewiges Liverpool. Sechster Titel für die Reds. Der Fluch Klops findet sein Ende. Die Zeit der hohen Erwartungen und Niederlagen ist vorbei. Die Geduld hat sich ausgezahlt. Danke, auf Deutsch die Redaktion, Mr. Klopp. You'll never walk alone. Der Ex-Borusser hat es sich verdient und hart erarbeitet. Klopp ist jetzt schon eine Legende. Ach Jürgen, das wäre schön, wenn wir dich irgendwann einmal in Spanien als Trainer erleben dürften. Auch wenn er verlor, Pochettino ist ein Top-Trainer. Pochettino zu Kane bereue Entscheidung nicht. Maurizio Pochettino entscheidet sich im Finale der Champions League gegen den FC Liverpool dafür, Harry Kane von Beginn anzubringen. Nach der Niederlage verteidigt der Tottenham-Trainer seine Entscheidung. Quelle Omnisport Sport, der FC Liverpool erobert Europa. Fußballerisch war es ein eher müdes Gekicke, doch Liverpool zeigte sich im defensiven Park sehr solide und ließ nichts zu. Tottenham hatte eigentlich mehr Chancen, doch es sollte nicht sein. Klopp ist der Kaiser von Liverpool. Klopp hat endlich seinen ersten internationalen Titel. El Mundo Deportivo, Liverpool berührt den Madreder Nachthimmel. Liverpool krönt sich zum sechsten Mal in Europa. Klopp schnappt sich im dritten Anlauf den Henkel-Pokal. Der frühe Elfmeter traf Tottenham schwer und bestimmte den Spielverlauf. Origi wurde wieder zum Champions League-Helden. Die Geduld mit Jürgen Klopp hat sich für Liverpool rentiert. Italien-Gazette dello Sport, Leverboom. Nach zwei verlorenen CL-Titeln feiert Klopp jetzt einen verdienten Triumph. Mit Pragmatismus und Intelligenz erobert er beim dritten Mal den Champions League-Titel. Die Wunde des verlorenen Finals im vergangenen Jahr ist geheilt. Diesmal hat Liverpool den entscheidenden Tormann ins Finale gebracht. Auch Selle, der vor einem Jahr von Sergio Ramos versenkt worden war, feiert seine Revanche am Ende eines sehr taktischen und italienischen Spiels. Lesen Sie auch Jürgen Klopp, Corriere dello Sport, King Klopp, er hatte lange von diesem Moment geträumt. Sein Sieg ist vollkommen verdient. Diesmal hatte er auch das Glück auf seiner Seite, dass er in sechs verlorenen Endspielen in seiner Karriere nie gehabt hatte. Die tödliche Enttäuschung des verrauchten Siegs vom vergangenen Jahr ist vergessen. Liverpool feiert die beste Saison der letzten 20 Jahre. Nach einem kontinentalen Meisterwerk will Klopp jetzt seinen Vertrag mit den Reds verlängern. Die Verhandlungen haben bereits begonnen, Toto Sport, Selle und Origi erobern den Fußball-Olymp. Das Match war zwar nicht schön anzusehen. Eine Partie, die stark von den Toren der Reds in den ersten Minuten beeinflusst war. Pochettinos Truppe kämpft, doch Van Dijk und Kollegen haben jeden Spielraum geschlossen. Entscheidend war auch Tormann Ellison, Corriere de la Sera, Rotes Paradies, Jürgen Klopps Truppe genügen 25 Sekunden, um die Rivalen zu beugen und den sechsten CL-Titel zu erobern. Dieser Sieg ist vor allem der Triumph Jürgen Klopps. Klopps erobert einen Platz in der Fußballgeschichte zusammen mit Bob Paisley, Joe Fagan und Rafa Benitez. Es ist zwar kein unvergessliches Match, aber die Partie ist von der besten Mannschaft gewonnen worden. Ellison hat jenen Raum geschlossen und Tottenhams Hoffnungen auf einen Neustart versenkt. Republika, das Finale gegen Tottenham ist für Klopp diesmal nicht verwunschen. Ein Elfmeter Salas zum Auftakt und ein Tor Origi sorgen dafür, dass Klopp nicht mehr als erfolgreicher Verlierer da stehen muss. In Madrid kann er endlich die Trophäe in den Himmel heben. Tottenham wird gedemütigt, Pochettino muss über zwei unverständliche Beschlüsse nachdenken, Wings und Kane sind nicht in Form und ihre Schwäche beeinflusst das Endergebnis. Viel Lob auch für Ellison, der im letzten Teil des Matches entscheidend ist. Daten zur Champions League in dieser Saison Let's Block Ads Why?